Ich als U19-Spieler bin ja jetzt ins Herren-Profi-Kader gekommen und das ist für mich halt ein Schnupper. Für mich als Spieler bin ich halt nicht zufrieden mit der Spielzeit, aber ich beiß mich da rein und möchte auch umso mehr spielen. Aber leider bin ich jetzt im Moment verletzt und habe eine Scharbeinentzündung und arbeite jetzt daran, dass ich dann irgendwann wieder spielen kann. Also mein sportliches Ziel ist natürlich, dass ich jetzt wieder fit werde, aber es wird ein langer Weg sein, aber ich weise mich da rein und kämpfe mich da raus. Und ich wünsche der Mannschaft halt und mir halt den Aufstieg, dass wir dann in der Regionalliga spielen können. Mein Höhepunkt war, dass ich in der 15-16 Nationalmannschaft war und dass ich bei Kickers Offenbach bei ihr ersten halbes Jahr trainieren durfte. Ja, wie jeder Fußballer, so hoch spielen, wie es halt geht und den Traum weiter erfüllen hält, den jeder haben will. Lukasoff, km. Musik 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 Vielen Dank.